Willi, ich hatte am Liegenbrain auf dich. Genau da. Ich freue mich darauf, dir bei der Suche nach Johnny zu helfen. Johnny? Johnny Green Chief. Das Schreckgespenst aus Slum 404. Er erinnert sich noch an die alten Gänge unter der Bastille. Zumindest sagt Edge das. Okay, ich komme rein. Ich komme rein. Und der Johnny. So, wo geht's denn hier weiter? Hier, da? Er ist pissed. Aber wir werden nicht nass. Irgendwie nicht. Oh mein Gott. Oh, Gottes Willen. Ich muss erst mal den hier machen. So. Oh, was will er denn jetzt? Soll ich jetzt da rüber? Ja. Alles klar, machen wir das. Amp. Hey. War da irgendwas? Tatsache. Kommt ihr mich abschießen? Na, alles, geht doch. Ich wollte schon sagen. So, rüber da. Sehen wir ein Special? Nee. Oh, ne Sequenz. Oh, ne neue Art von Gegner? Flimmert denn da oben so? Muss das so sein? Ich glaube schon. Wo war das? Wow. Iiii. Iiii. Hinter mir. Einfach weiterlaufen. So, Leiter hoch. Ab geht's. So, hier war doch irgendwas. Ein Arm. Ne, schon okay. Schon okay. So, den nehmen wir mit. So, das sieht aus wie eine Kampfszene jetzt hier. Wo, 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 wo. Die Störbildgegner. Oh, nein. Die haben das Licht ausgemacht. Dann schalten sie immer die nur im Licht. Ich verstehe. Wir versuchen also immer wieder das Licht auszuschalten. Ja, shit. So, ist das Licht an? Ab geht's. So. So, ein Guckumodus anmachen? Oh, nein. Doch nicht jetzt. Na also. Zwei sind weg. Da waren aber drei. Nicht nur die böse Scheiße, die aus diesem Tunnel kommt, schon lange nicht mehr. Ich bin bald da. Halt so lange die Augen offen. Oh, die waren ziemlich cool. Aber was ist, wenn ich mal... Verdammter Shitfuck. Ich wollte sagen, was ist, wenn ich nochmal kein Licht hab? Kommt da auch irgendwann mal vor, dass ich da kein Licht hab? Moin ich dann gegen die unsichtbare Scheiße da kämpfen? Oh, ich wollte schon sagen. Nein, nein, nein. Was tue ich da? Ich amok. Wow. Da läuft doch Strom durch, oder? Einfach ohne zu überlegen. Einfach mal hochgeklettert. So, wo muss ich lang? Rüber. Rüber. Und jetzt? Hoch? Ja. Darüber. Und darüber. Das wird wehtun. Oh, hey. Ah. Abgefedert. Bleib hart, Nillin. Ah, bleib hart. Siehst du nur ein gebrochener Knöchel. So, Laderampe. Hier kann ich aber nichts machen. Ne. Wollte ich mal sagen, weiter geht's. Ne, hier ist nix. Na, hier muss doch irgendwas sein. Hier ist nix. Kann ich hier nicht irgendwas? Also. Oh. Was heißt das? Soll ich jetzt da oben durch? Ich denke mal schon. Komm ich hier hoch? Nein, hier komme ich nicht hoch. Da liegt doch irgendwas. Aber wie komme ich da ran? Achso. Ganz locker. Wir sind nur Leichen, sagt er. Muss ich jetzt hier runter? Ah ja, Tatsache. Okay. Wie ist denn was anderes? Oh, Licht. Ah ja, okay. Oh, hier. Ich muss im Licht drin bleiben. Ja, das ist scheiße. Ich habe jetzt gesehen. Bäh. Knie ins Gesicht. Ha. Da kommt diese Szene, die ich meine. Ich wusste es. Jetzt habe ich ja keinen Saft. Jetzt habe ich kein... Jetzt habe ich kein Licht. Fährt alle Senses herunter. Betäubt alle Gegner, enthüllt Unsichtbare. Aha. Öffnen Sie das S-Impressionsrad und markieren Sie das Fragezeichen Sensor aus Doors. Machen wir das. So. Bam. Boah. Ach, die Fähigkeit ist das. Jetzt bleiben sie auch sichtbar. Oder wie läuft das jetzt einfach? Nö. Oh, jetzt habe ich erstmal eine Abklingzeit. Also ich muss jetzt so lange erstmal gegen die Sichtbaren kämpfen. So. Das ist wie er die meine Fähigkeit da benutzen kann, um Unsichtbare zu sehen. Fiese Sache. So, der ist auch weg. Das kann ich auch mal ab. So. So, jetzt habe ich nur noch so einen komischen, unsichtbaren Penner hier. Und ich kann leider nichts machen gegen den. Solange ich nicht meine Fähigkeit habe. Oder kann ich hier trotzdem prügeln? Wenn ich hier jetzt... Ich probiere mal was aus. Ah, ne. Funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ne, ich muss jetzt wirklich warten. 66 Sekunden muss ich jetzt hier im Kreis rumlaufen, oder was? Ach, das ist doch Käse. Ja, so kann man auch die Zeit ziehen. Kann nicht sein, dass ich jetzt wirklich... Ne, ich kann den nicht angreifen. Ne, kann ich nicht. Ich kann nicht schlagen. Nichts. Auch wenn ich ihn jetzt für ein, zwei Sekunden sehe. Ne, ich kann nichts machen. Oh, fuck. Ich bin gleich tot. Boah, jetzt heißt er die ganze Zeit ausweichen. Boah, komm schon. 30 Sekunden. Was ist denn hier los? Oh, Gottes Willen. Boah, ho, ho. Ist ja genau so schlimm wie ein Horrorspiel. Diese Spannung. Ein Hit und ich bin tot. Boah, jetzt fängt er auch noch an zu springen. Die Dreck-Sau. Aber auch ganz schön knapp. So, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich, Junge. Jetzt habe ich dich. So. MS-DOS aktiviert. Also. Ai, 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 ai. Yes. Wie, da ist wieder Licht drauf? Oh, Gott. Ich. Dödel-Birne. Na, komm. Lass uns einfach sein. Oh, ja. War das schlecht von mir. So, was kann ich hier was so machen? Da, das leuchtet so. Ne, kann ich nicht. So, das Ding ist runtergekommen. Ich denke mal, das ist zum Klettern da. Der Auge-Kompass. Oh. Ne. Ne, ich habe gar nicht so einen Käfer. Aber, Moment mal. Ich kann hier hochklettern. Hier auch? Ne. Na klar. Na sicher. Ich kann hier hochklettern. Und hier. Und was ist jetzt? Ich nehme mir so einfach mal den Weg. Ne, hier kann ich gar nicht. Hier kann ich überhaupt nichts machen. Na, ich finde es scheiße. Gut, gehen wir hier hoch. Zack. Ab geht es. Hoch. Den Riegel da benutzen. Ach so. Jetzt muss ich hier meinen Weg hochbasteln. Wo soll ich denn hin? Ach, dazu Leiter. Ich verstehe. Okay. LB gedrückt halten. Das heißt, ich mache jetzt den da. Der ist ja stylisch. So. Den. Machen wir mal den. Machen wir mal den hier. Machen wir mal den. Alles klar. Dann war es. Ja. War ja einfach. Na komm, lass dich fallen. Ne. Du sollst da schon rüber. Warum springst du denn da jetzt rüber? Du sollst hier hoch. Hier hoch. Und jetzt? Ach, jetzt kommt die da nicht hoch. Okay. Dann war es doch nicht so einfach. Dann habe ich es gerade falsch verstanden. So, da fehlt nämlich ein Stück. Hehehehe. So, jetzt... ...haben wir es nicht. Die kann sich ja, denke ich mal, nicht an diesem Riegel fesselten. Okay. 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 Nee, so nicht. So... So... ...so... ...auch nicht. So auch nicht. Hey, das muss eigentlich so sein. Es gibt sonst keinen anderen Weg. Ich kann jetzt da hoch. Der ist aber fehlerhaft. Der kann ich gar nicht bewegen. Okay. Da links. Da hoch. Da kann ich hier hoch springen. Aber den muss ich dann umändern. Genau so. Funktioniert das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber so geht es auch. Aber die kann nicht an diese... ...an diese Nippel da dran. Kann das sein? Aber eigentlich müsste das ja so... Ich probiere es nochmal aus. So, und da... Oder kann die da nicht dran? Aber ich meine... Wie kann der hier dran? Nee, die kann da nicht ranspringen. Geht nicht. Ich spring... Die kann doch nicht hoch. Die kann da auch nicht hoch. Warte, wenn ich jetzt den mache. So, hier rücksch. Achso. Also solche Wege gehen. Okay. So, jetzt haben wir es aber. Kein Ding für mich. So, nur hier rüber. So, kein Problem. Alles easy. So, hier rüber. Da solltest du nicht rüber. Und dann hier runter. So. Und. So, alles kein Thema. So, jetzt sind die Dinger aus. Das heißt, schnell hier rüber. Ich hab gesagt, schnell! Oh Gott. Oh, hier brennt irgendwas. Gefahr, Gefahr, Gefahr ist immer schlecht. Hallo, schöne Frau. Aber nicht so schön wie ich. So, hier ist wieder so ein komisches Rätsel. Bunte Plakate, irgendeine große Fresse. Ach so, das ist die Bar. So, aktivieren wir mal den Arm hier. Hallo, Sesam öffnet dich. Sesam öffnet dich, will nicht. Ah doch. Aber, ist hier irgendwas noch? Bevor ich weitergehe? Nein, ich glaub nicht. So. Oh ja, so ein kühles Bier wär nicht schlecht jetzt. Na komm, kletter hier rüber. Oh, was passiert mit der Bar? Oh, die komischen Lutschi-Zombies wieder. Bam! Wunderbar, wunderbar. Genauso macht man das. Mit unannehmlichen Gästen. Schön die Flasche auf den Rücken. Ich muss mich aber erstmal wieder aufladen, weil ich kaum noch lebe. So, das bin ich hier voll erstmal. Entschlossene Schweine, was? Was hast du denen gesagt, Tommy? Als das Wasser fiel, kamen die alte U-Bahn zum Vorschein. Diese gehirnamputierten Irren sind dadurch. Wir haben die ganze Nachbarschaft überrannt. Du willst Johnny finden? Dann musst du tief ins Liebergebiet hinein. Mann, lange hatten die Nations. So, ab da runter, hat er gesagt. Aber erstmal die hier. Aber die machen wir dann mit dem Modus hier. Vielleicht die schneller. So. So, Nummer 1. Alle. Alle weg. Kein Ding. Ach, da kommen wir mehr. Ich sehe nichts. Ich rede gerade nicht sehr viel, weil ich muss mich doch ziemlich konzentrieren auf die Scheiße, dass die mich nicht hauen. Aber so, jetzt ist es mal wieder feierhaft. So, Nummer 1. Der ist ein Au weg. Bam. Bam. Ja, da verteile ich jetzt noch ein paar Fäuste, Junge. Jetzt mal wieder ein bisschen aufladen. So. Raus aus der Ecke hier. Ich bin hier eingesperrt. Ah, brauche ich eigentlich nicht. Ist eh nur noch einer. Ja. Willen, es ist soweit. Komm her. Ich komme. Hauptsache, was hat er denn erst die ganze Zeit gemacht? Mir zugeguckt, oder was? Ich nenne ihn Junkboot. Eigenes Rezept. Nur nicht zurückhalten, Schatz. Es lebe die Liebe. Danke. Ja. Ja. Junkboot. Das Junkboot Spammer Upgrade schlägt sehr hart zu und solche strukturelle Schwachstellen in Ausrüstung und... Was? Ausrüstung oder Gebäuden? Drücken Sie jetzt mal ein Visieren und RT zum abfeuern. Tun wir das doch mal. Booyah. Was ist los? Ach, keine Energie. Ach, du Scheiße. Das ist der Haken von dem Junkboot. Ich verstehe. Ja, du hast aber noch keine Energie, um irgendwas zu verstopfen. Jetzt? Alles klar. So, dann machen wir den hier wieder an. Dass alles hier ein bisschen fixer geht. Äh. So. Haben wir alle. Wunderbar. Neue Schlüsse verfügbar. Super, super schön. Ist das alles? Dachte ich mir. Oh, Scheiße. Oh, die schöne Bar. Hey, willst du helfen? Bleib doch und hilf mir, die Bude zu renovieren. Geht nicht. Größere Fische warten. Fische wie Johnny Green. Was kann man einem feuchten Tunnel entgegensetzen, der in Lieber verseuchte Dunkelheit fliegt? Also, ehrlich. Tut mir leid um deine Bar, Tommy. Hm. Sei vorsichtig, Nillen. Da braucht sich ein Sturm zusammen, Schätzchen. Nicht weggefegt werden. Nicht was? So. Ähm. Ihr habt da einen neuen Key hier. Was kann ich denn hier freischalten? Ein X. Ein X. Ist für heilen. Oder ein X, äh, um diese, äh, Espress-Erholung-Scheiße. Was ist denn besser? Tja, war das besser? Was ist besser? Eigentlich, weiß ich es auch nicht. Äh. Hier habe ich ziemlich viel Heal drin. Weißt du was? Denn den hier. Wechsle ich. Und tausche jetzt mit dem da. Ja. Ja. So. So, jetzt habe ich nämlich eine komplette Heal-Kombi. Das heißt, schnelle Regeneration für mich. Wunderbar. So. Leben sind voll. Das Leben sind voll. Gut. Äh, wo geht es lang? Ach ja, hier. So. Weg mit dem Gitter. Rüber da. Ab in die Kanalisation. Finden Sie Johnny Green Thief! Grünzahn. Wow, du und Edge habt die Kacke echt aufgerührt. Die ganze Stadt ist in Panik. Ja. Scheiße ist wohl das Motto des Tages. Okay, okay, gut. Ich muss los. Ich glaube, ich bin aufgestiegen. Auf nie vergessen. Jo, tschau, ne? Man sieht sich, man hört sich. Was ist da gerade vorbeigelaufen? So, hier geht es nicht lang. Gehen wir hier lang. Ist hier irgendwas? Nö. Irgendwas? Nö. Hier ist wieder ein komischer Hinweis. Drei komische Roboter, die es gegenüberstehen. Und vier Fragezeichen. Waren es nicht immer drei? So, links oder rechts? Da ist ein Aufzug. Und hier sind diese drei Roboter, die es gegenüberstehen. Na, du Arschloch. So. Ich sehe nichts. Ich will dir nichts tun. Solange du mir nichts tust, tue ich dir auch nichts. Ich denke mal, sind wir alle mit einverstanden. So, rüber. Hoch oder runter? Links oder rechts? Ich glaube runter. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Was ist das hier? Ich glaube, die sind unsichtbar. Oder auch nicht. Ah, wunderbar. Schön in die Grütze da hauen. Dann sterben sie auch. Doch, sind sie unsichtbar. Bullshit. Und einfach mal weiterlaufen. Äh. Bullshit. Wie komme ich denn jetzt rüber? Ist doch nur dieser Wichser, der mir hinterher rennt, oder? Ja. Habe ich hier irgendwas vergessen hier? Möchte ich irgendwas machen? Warnung, Biohazard. Komm mal zum Licht erstmal jetzt hier. Na los, komm. Ist auch nur so blöd, du kommst wirklich ins Licht. Ja, ja, Jack in the Box, oder? Was auch immer der gesagt hat. So, der ist weg. So, jetzt hab ich jetzt mal Ruhe. Na, müssen wir mal ausprobieren. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da rüberkomme. So, soll ich jetzt einfach nur jumpen, oder? Weil hier ist doch nichts zum Klettern, oder so, wa? Hier ist nichts. Ich glaube nicht, dass ich da am Rand bin. Ah. Ha. Und ich wollte schon wirklich springen. So, rüber. Ne, da brauchst du jetzt nicht hoch. Da ist irgendwas. Den ballern wir auf. Wunderbar. Äh, ja. Gehen wir da rüber. So. Alles klar. Hier hoch. So, wo sind wir jetzt immer noch unter? Unter der Erde. Ja, ja, bla, bla, bla. Shit in die hier. Have pain. Und irgendwas mit. Ampain. Ah, ja. Champagne? Wie eine Fliege unter Glas. Wie eine Fliege unter Glas. Oh, ist er da? Johnny Green-Teefe. Er hat aber keine grünen Zähne. What the fuck? Ach, nö. Jetzt ist er auch noch unsichtbar. Ja, komm her zum Licht. Oh, ja, klar. Jetzt kommt er noch mehr. Warum denn nicht? Gehe die Wagen entlang bis zur Kabine. Und finde die Notbremse. Ja. Dann lass mich doch auch sprinten, du Arsch. Oh, dreht man den hier an, damit er ein bisschen fixer geht. Oh, nein. Oh, Mann, ey. Oh, diese Kamera ist ja echt beschissen hier in diesem kleinen Wagen. So, das haben wir. Ab geht's. Weiter geht's. Gelangen Sie jetzt zur Kabine. Ach so. Ich sollte... Ah, okay. Oh, mein Gott, hat sich jetzt fast verpennt. So. Nee. So, die Schnauze. Ah, komm jetzt aber. So Was jetzt? Jetzt bist du dran, oder was? Oh, was ist denn Fankleist? Ein bisschen, nur ein bisschen So Alles brennt Und es ist heiß Wunderschön Ne, den ja So, öffnen Wir sehen unser Leben aus Ja, können wir mal nehmen Ab geht's Wahrscheinlich eine neue Mutationsform Vielleicht eine neue Art Leaper Sein Geist Wie ein brausendes Meer Aus Leid und Wut Schnell raus aus der Metro Wer weiß, was da unten lauert Verlassen Sie die U-Bahn Machen wir doch Tschüss Warum hat die da hingeguckt? Ist hier irgendwas? Außer der hängende komische Hampelmann? Ne Nichts Wichtiges So, raus aus der U-Bahn Lass ich mir nicht zweimal sagen Rüber da Hochziehen Powerfrau Ich brauche die Frau Die kann kämpfen Die kann klettern Und sie ist heiß Hallo Äh, da Links, rechts, geradeaus Xing, Shang, Shang Hier ist gar nichts Also hier entlang Boah, was für Lacken da Am Kanister Hey, sie zeigten Busen Und sie hat Strapse Heiß So, ab da runter Wunderbar Ah, endlich ein bisschen Action hier Ich habe auch direkt wen hier Zack Ah, die Schnauze So, was ist mit dem hier? Von da runter Uuuh Hallo Ah, war ja einfach Wann die nicht immer schwerer? Oder werde ich einfach immer stärker? Welcher Wahnsinn unserer Generation Hier lebten einst Familien Die Regierung vertrieb sie gewaltsam Um den Zarmischeldamm zu bauen Und die Bastille zu sichern Okay So, ich würde mal sagen Hier mache ich erstmal wieder einen Cut Danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Wenn es wieder heißt Team Piskebar Oder der Rhyme Zockt Remember me Tschüss